... nicht nur die Defizite darzustellen. Guten Tag, ich begrüße Sie wieder zum Weihnachts-Sonderprogramm im Dritten. Gleich zu unserem ersten Beitrag. Zum Abschluss unserer kleinen Jerry-Lewis-Reihe sehen Sie heute den Film Der Babysitter. Jerry-Lewis zeigt sich dabei von seiner komischsten und zugleich rührendsten Seite, nämlich als Vater von Drillingen, die allerdings nicht seine eigenen sind, denen er aber trotzdem eine perfekte Mutter sein möchte. Und Sie sehen ihn als erfolglosen Fernsehtechniker, der in einem Fernseher ohne Bildröhre das gesamte Programm selber machen muss. Wie gut, dass Ihnen das nicht passiert. Viel Spaß mit Jerry-Lewis in Der Babysitter.